Hey, WW-Universum da draußen! Auch in dieser Woche heißt es wieder, nicht verzagen, Huckman-Fragen. Ihr habt es gemacht wie immer, ihr habt meinen Hashtag AskTheHuckman benutzt, habt die Fragen und das Video der Vorwoche gepostet und heute behandeln wir das Thema Cesaro. Der Schweizer Supermann ist das Thema bei AskTheHuckman und da geht es gleich los mit der ersten Frage von Leard Berischer. Welches ist dein Lieblings-Cesaro-Match? Ganz klare Antwort, August 2013, NXT, 2-out-of-3-Falls-Match, Cesaro gegen Sami Zayn. Wahnsinns-Match. Klickt mal auf das WWE-Network, das müsst ihr euch reinziehen. August 2013, Sami Zayn gegen Cesaro. Ich sage es nochmal, bei NXT, Wahnsinns-Hammer-Match. Lukas Schwarz, was hältst du von Cesaro als Privatperson? Die Frage bringt mich ein bisschen zum Schmunzeln. Ja, Privat, es bleibt privat, aber ich kann so viel verraten, Cesaro ist auch privat ein sehr fokussierter Mensch, ein sehr konzentrierter Mensch. Er hat dieses Wrestling-Business-Mind sozusagen, der denkt 24-7 ans Wrestling-Business, an neue Aktionen, daran, wie er sich körperlich verbessern kann, wie er trainieren kann, um noch besser zu werden. Er ist wirklich ein Muster-Profi, wie man ihn sich vorstellt. Und eins wisst ihr auch, er hat einen sehr seltsamen Sinn für Humor. Seine Witze, die kennt er. Ahmad Hussein, was würdest du machen, wenn Cesaro WWE World Heavyweight Champion werden würde? Da würde ich wahrscheinlich aus dem Fenster springen vor Freude, denn ich mag es einfach, wenn Leute, die Blut, Schweiß und Tränen investieren in eine Sache und dann Erfolg feiern, mit dem Erfolg eben belohnt werden. Also wenn Cesaro diesen großen Titel gewinnen könnte, würde ich mich wahnsinnig für ihn freuen. Ich finde, er hätte es einfach verdient. Er hat so viel riskiert und so viel auf sich genommen, hat seine Familie, seine Freunde zu Hause in der Schweiz gelassen, ist nach Amerika gegangen und hat hier einfach alles daran gesetzt, Erfolge zu feiern. Wäre einfach eine tolle Sache. Würde mich wahnsinnig freuen. Robert Mechling. Welches Tag-Team gefällt dir besser? Cesaro und Jack Swagger oder Cesaro und Tyson Kidd? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen beide Tag-Teams. Viele würden ja jetzt erwarten, dass ich sage, Cesaro und Tyson Kidd, weil Tyson Kidd so ein fantastischer Techniker ist. Ist er auch. Der wurde im Hard Dungeon ausgebildet, ist ein Flieger, ist ein Techniker, kann die Aufgabe griffe. Ich liebe Tyson Kidd, nicht falsch verstehen, aber ich mag Jack Swagger genauso gerne. Also für mich absolut und das Remis hier. Jack Swagger ist ein Ringer. Ich liebe ja Ringen, diesen Sport. Er ist groß, er ist breit. Er ist so ein richtiger All-American-Sunny-Boy. Einfach mega sympathisch, auch bei Interviews immer super professionell. Und ich mochte es einfach, wenn Cesaro und Jack Swagger in der Kombination die Gegner durch den Ring geschmissen haben. Diese beiden Powerhouses. Das hat mir einfach gut gefallen. Aber genauso toll fand ich eben Cesaro und Tyson Kidd. Deswegen hier klassisches 1 zu 1. Serhan Deniz. Denkst du, dass Cesaro die Rolle von John Cena übernehmen kann? Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Ich beantworte es mal so. Niemand kann John Cena als John Cena ersetzen. John Cena ist ein ganz eigenes Ding. Das ist ein eigener Charakter, eine tolle Persönlichkeit. Das gleiche gilt für Cesaro. Er ist auch eine tolle Persönlichkeit. Man sieht es ja hier immer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, bei den Live-Toonen, wie er bejubelt wird vom europäischen Publikum. Ich sage es mal so. Er kann auch wie ein John Cena irgendwann mal WWE World Heavyweight Champion werden. Aber ein Cesaro kann keinen John Cena ersetzen und ein John Cena kann keinen Cesaro ersetzen. Das sind beide eigenständige Persönlichkeiten. Aber sie eint die Arbeitsmoral, die professionelle Einstellung, diese Hingabe, diese Leidenschaft für dieses Geschäft. Und da sehen sie sich sehr ähnlich. Ja, apropos John Cena. Den habe ich heute als Gast da. Letzte Woche hatten wir Bayley. Tada! Diese Woche haben wir den C-Nation-Anführer Hustle, Loyalty and Respect. Die neue Mattel-Figur John Cena heute zu Gast hier bei Ask the Huckman. Das waren übrigens auch immer sehr, sehr gute Matches. John Cena. John Cena gegen Cesaro. Das war doch immer hervorragend. Also ich habe dieses Raw-Match vom vergangenen Jahr noch im Kopf. Hat mir wirklich außerordentlich gut gefallen. Und mir würde es auch gefallen, wenn Cesaro einmal gegen Brock Lesnar antreten würde. Was denkt ihr? Eure Meinung würde mich auch mal interessieren. Genauso wie mich eure Meinung zu AJ Styles und vor allem eure Fragen zu AJ Styles interessieren. Ich habe euch heute den AJ Styles Hoodie an. Das ist die T-Shirt-Hoodie-Geschichte in dieser Woche. AJ Styles, the phenomenal one, ist in der nächsten Woche das Thema hier bei Ask the Huckman. Stellt die Fragen zum phänomenalen AJ Styles und wir reden drüber. Ich freue mich drauf. Nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, selber Huckman, selbes Studio. Andere Fragen natürlich. Ask the Huckman-Fragen und das Video posten. So long, Huckman out.